Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Mega Man. So, da bin ich wieder. Ich hab mir gedacht, ach, mir ist langweilig. Ich spiel noch ne Runde. Gesagt, getan. Und hier ist er wieder. El Gutsman. Ja. Clearpoints. Dolle Sache. Ready, set. Yeah, ich bin so aufgeregt. Diesmal bin ich so sicher, dass ich das packe. Das glaubt ihr mir gar nicht. Hier. Bam. Oh. Bam. Okay, der war zu hoch. Bam. Bam. So geht's. Wieso bin ich so aufgeregt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab ihn total verpasst. Ähm. Keine Ahnung. Jetzt bin ich. Oh yeah. Oh yeah. That's right. So. Oh, man. Boah, habt ihr das gesehen? Und ich wurde noch nicht einmal angegriffen. Jetzt wurde ich angegriffen. Doch nur halb so wild. Boah, ich bin so... Oh. Ich kann das gar nicht in Worte festfassen. Wie fühle ich mich? Yeah. Ich habe ein Leben. Boah. Oh mein Gott. Habt ihr das jetzt mitbekommen? Was? Nee. Nee, 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 nee. Ich bin nochmal weg, ne? Du kannst mich mal ganz dick... So. Ich war jetzt hier. Das ist total ruhig. Das tut mir auch leid. Das dick mal lädt. Und... Boah. Weil ich jetzt gerade abgehe. Nein, das hat keinen besonderen Grund. Und jetzt bombe ich den Drecksack weg. Obwohl... Mal ganz kurz überlegen... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020